Also hier auf dem Kanal passiert ja echt gar nichts mehr. Das hat mir gestern der Freizeit-Guru auch schon erzählt, dass einfach niemand mehr was hochlädt, finde ich scheiße. Und ich finde, man muss nicht auf Toilette sein, um irgendwas scheiße zu finden. Deshalb zeige ich euch jetzt mal, was ich hier in meinem Zimmer ziemlich scheiße finde. Also hier hinter mir ist halt das Fenster und ihr seht schon, ihr seht gar nichts mehr. Und wenn ich hier meinen PC anmache, natürlich jetzt nicht, voll für effekt. Dann sieht man halt auch so gut wie gar nichts. Also, ne? Es spiegelt einfach. Extrem. Da. Seht ihr es? Ist doch scheiße. Leute laden wir ja mehr hoch. Also einfach Kamera in die Hand nehmen, ein bisschen was reden. Darf auch scheiße sein. Frisur darf scheiße sein, ist okay. Es darf auch mehr als eine Minute sein. Ist mir vollkommen egal. Wir brauchen nur mehr Content. Mehr Videos, mehr Follower, mehr Spaß. Ich schaffe es auch immer noch nicht, in die Kamera zu gucken. Die Kamera ist da drüben. Das ist einfach, mein Gesicht ist so interessant. Kann ich nicht die ganze Zeit weg gucken. Außerdem will ich mich dabei erwischen, wie ich vernünftig in die Kamera gucke. Aber es geht einfach nicht. Naja. Ich hoffe, es gibt ein bisschen mehr Content für euch. Content. Content. Das sieht aus, als wenn es draußen geschneit hätte. Hat es aber nicht. Sonnenschein. Schönes Wetter. Am besten ist man nicht den ganzen Tag drin, wie ich. Zus Comic Con. Based auf. balls. trump. habe ich텍é that.